Hey ihr Leute und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal bei Robots Gaming TV. Ja, ich habe mir heute gedacht, wir machen einfach mal weiter bei YouTube City und ähm... Ja, ich habe etwas weiter gespielt und ich muss euch was gestehen und zwar bin ich pleite gegangen, aber wir konnten wieder alles retten und wir haben sogar, jetzt haben wir eine Polizeiwache, eine Feuerwehrwache mit drei Fahrzeugen und die Polizei hat jetzt, glaube ich, vier Streifenwagen und wir haben... cool, wir haben zur Zeit keinem in Gefängn... keine... Wir haben keine Gefangenen, ganz einfach. Es ist gut, dass ich gerade gerade Geld für ein größeres Haus. Ja. So und, was wir auch sogar haben, ihr habt es da vielleicht ja hinten schon gesehen, das hier ist eine Bibliothek und was ist denn hier los? Wie, zu viel Verbrechen. Ist aber schlecht. Sympathie, ja. So und, wie gesagt, das hier ist eine Bibliothek. Ähm... Ja, das sind... Da habe ich jetzt noch ein paar Elektrizitätswerke, schwieriges Wort, äh, aufgebaut und hier habe ich dann noch eine Kultstätte, also eine Kirche. Ähm... Das war noch eine Aufgabe und hier habe ich sogar noch eine Schule. Und, ja, die kommen jetzt gerade alle raus, denn um fünf, denn die geht immer von sechs bis 15 Uhr. Und, ja, wir müssen aber hier nochmal etwas erweitern, denn wir haben wirklich viel zu wenig. Ja, das haben wir schon. Perfekt, ich wollte genau einen solchen Ort zur Stillen einkehren, das finde ich natürlich gut, wenn sowas kommt. Und, freut man, er freut der Bürgermeister sich, auf jeden Fall, also, das ist echt wunderschön. Aber ich weiß nicht, wie wir das hier alles er... Wir können ja noch in diese Richtung hier, denn das Haus muss eher abgerissen werden, weil, ja, zu steuern. Ist ja auch, obwohl wir sind, gerade eh im Minus. Aber, naja, müssen wir halt doch die Steuern dann etwas höher machen, denn anders geht es einfach nicht. Weil, es ist dann leider nicht möglich, müssen wir halt die Straße weiterbauen und sowas. Die ziehen wir dann. Ach, cool, wir können hier sogar bis dahin ziehen. Kommen wir sogar... Guck mal, da kommen wir sogar noch mit dem Geld hin. Und das sieht dann sehr gut aus. So. Ne, da kann ich nicht runter machen. Ja, das hatte ich auch, so. Ne, Bankrott. Bankrott ist halt, wenn man pleite geht und das ist halt nicht so schön. So, ich möchte hier Häuser einhaben. Ja. Einfach Wurfhäuser. So. Und die werden dann jetzt spawnen. Das haben wir ja mal selber gesehen. Und hier würde ich dann... Ja, obwohl eigentlich ja da Industriegebiet... Ja, doch, genau. Dann müssen wir das dann einmal hier weg machen. So. Dann müssen wir dann Industrie... Kommt dann da einmal hin. So. Und Wohngebiet kommt dann einmal... Hier hin. Dann haben wir nämlich... Obwohl... Ne, stopp. Wir machen das noch anders. Denn wir wollen ja noch bestimmten Straßen nach da. Deswegen... Machen wir... Lassen wir das dann hier offen. Können wir dann da noch eine Straße inbauen. Ja, aber da müssen wir dann erstmal warten. Die spawnen wie gesagt alle von selber. Also das ist eigentlich relativ in Ordnung. So. Kommt dann jetzt vielleicht so ein Arbeitsfahrzeug hier rein. Ja, da kommt es auch schon. Und jetzt... Jetzt bauen wir halt da. So. Das geht hier eigentlich relativ schnell, weil es halt nur so ein kleines Ding ist. Ich finde die Grafik aber halt auch echt cool, muss ich sagen. Die Steuern sind zu hoch. Ja, ich weiß. Ruf, ich fühle mich absolut krank. Ja, okay. Autsch, bin verletzt. Ruf, da einen kranken Wagen. Das sieht gut aus, Sparer. Ja, für ein größeres Haus. Ja. Ja, ein solches. So, und da wird jetzt halt auch gewonnen. Also ich finde das echt cool. So. Und zum Verkauf, also da kommen dann jetzt auch gleich welche und ziehen dann da ein. Das finde ich echt... Ist ein geiles Feature. So, jetzt sind da welche eingezogen. Jetzt steht das Haus. Also das ist wirklich... Wirklich cool. Also das macht mir echt viel Spaß. Wirklich. So. Warum steht da ein Haus? Ach, egal. Ich frage einfach gar nicht. Kann ich wieder die Steuern senken? Ja, ich kann die senken. Okay, das ist nicht so gut. Dann machen wir wieder Plus. Und dann entstehen ja halt einfach so kleine... Ja. Ich bin so froh, dass sie endlich eine Grundschule gebaut haben. Ja, ich weiß. Deswegen haben wir sie ja auch gebaut. Sechs Stunden? Nee, stimmt doch gar nicht. So, da wird jetzt gleich was Großes gebaut. Ja, das sieht man. Und da wird noch was Großes gebaut. Und das geht wirklich rasend schnell, wie man sieht. Deswegen verlangsamen wir das mal etwas. So 83. Also das... Eigentlich wären die höher. Also ich hatte hier mal so eine ganz große Bank stehen. Und hier ist halt die Freifabrik. Wir stellen ein. Und hier ist halt... Ja. Also wie gesagt, ich finde das echt cool. Schatz, ich koche dein Lieblings-Lama-Bürich zum Essen. Dass die überall dieses Lama eingebaut haben, das finde ich irgendwie ein bisschen... ...witzig. Lamp-Pasteten. Nee, Lama-Pasteten. Tima. Das sieht aber ganz cool aus. Toll, dass wir jetzt eine Feuerwache haben. Ja, ich weiß. Meine Kinder haben keinen Platz, wo sie spielen können. Wir brauchen noch ein Park. Ja, bei euch. Schnief hat jemand ein Taschentuch. Okay. Wenn wir so viel Müll putzen, die halt in der Hand umdrehen. Voll. Ja, ich brauche auf jeden Fall einen Park. Park hier. So. Dann brauchen wir einen Park. Park, Park, Park. Ein Wasserspiel, das? Hallo, das liebt jeder. Das liebt jeder. Sollte hier eigentlich eine Straße, ne? Ja. Wo ist der denn unglücklich? Wo ist der denn unglücklich? Der wollte da doch. Steuernsinn sucht. Ja, ey, Leute. Ah, doch, ich kann die Steuern singen. Ah, geil. Ich kann die Steuern singen. Boah, jetzt halt doch mal den Bubble, ey. Ich hoffe mal, das Windkraftwerk ist ein Zeichen dafür, dass der Bürgermeister einen grünen Weg anschlägt. Ja, das ist ein sehr gutes Zeichen. Weil das wird ne Feuerwache haben. Schnief, er hat jemand. Das tut. Hier. Da hat er denn auch genutzt. Okay, jetzt kann ich verstehen, dass das nicht wie vor heute geschlossen. Den Öffnungszeiten. Okay. Denken sie nicht, dass... Ja, ey, ich senke den Steuersatz schon. Nur zu wissen, dass es jetzt andere Klienten gibt, wenn es gibt. Ja, ich weiß. Ich könnte jetzt wirklich einen Kaugummi gebrochen. Und die hat dann... Treibstoff. Och, nee, ne? Och, schrecklich, mein Lieber. So. Was können wir denn noch machen? Boah, also dieses Spiel, ey. Macht der jetzt mit Absicht. Das merke ich. Denn gestern hat es nicht geruckelt, wo ich normal aufs Screen gespielt habe. So. Und bald werden diese Häuser dann auch hier mal renoviert. Jetzt kann mit Absicht. Wir können hier auch... Ich mach mal... ...einen Erdbeben. Erdbeben, hallo, jeder liebt Erdbeben. Ja, aber dann wird das... Ne, das ist doof. Erdbeben ist doof. Tornado. Helfe ich mal da. So. Wetterwarnung. Tornado. Pff, nicht aufs Windkraftwerk. Genau. Zieh schön nach rechts. Fein. Nein, nein, nein. Oh Gott. Ähm. Ähm. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht, nein. Oh Gott. Ich habe es in meine Straße. Drei Sims davon gewählt. Die Suchtrupps hinter die Regenbogen zu schicken. Hä? Ohne Finanzprobleme. Ey, warum denn? Bildung. Schon wieder die blöde Bild. Nein, ich habe nicht gesagt, blöde Bildung. Boah, ich fahre gerade Wasser, Mama. Hilfe, wir haben hier schon. Was hat der denn? Wir wollen die ganze Nacht, ne. Ja. Bisschen mehr Müll. Ne, das macht mir nix aus. Ja, toll. Machen wir mal. Ja. Weil ich glaube, solange wir hier noch nichts haben, können wir, glaube ich, hier auch noch weiterbauen. Dann haben wir da dann noch mehr Industrie. Dann passt das. Passt das. Unsere Nachbarn haben ein Gemeinaus. Wir sollten sie um Geld bitten. Wir sollten sie um Geld bitten. Also, die sind noch gar nicht alle da. Freifabrik, Schroff-Immo. Dann gibt es auch noch irgendwie, ich weiß nicht, wie diese Immobilie da ist. Welche anderen Immobilien? Ach ja, und um sechs Uhr fängt hier auch die Schule an. Also, die sind noch gar nicht alle da. Guck uns den Tag mal hier so an. Das ist ziemlich voll, besonders wenn die alle um 15 Uhr wieder rauskommen. Sag mal so, es sind in der Regel immer, ja, das klingelt immer jede Stunde, finde ich voll komisch, aber naja. Es sind in der Regel immer so 200 Sims, die die irgendwie unterrichten. Mama, ich will nicht zur Schule. Bäh. Ja, jetzt haben wir schon die Zaune geknackt. Aber da passen auch, in die Schule passen ja auch. Können wir da, ja, wir könnten keine Schule was mehr bauen. Cool. Cool, cool. Komisch, dass da nur so ein Fahnenmast ist und aber keine Fahne. So, ab 10 Uhr. Wir gucken da mal so gegen 15 Uhr. Alles klar, hier kommt genug Wasser aus der Leitung. Keine Ahnung, wohin das Abwasser fliegt. Ich bin froh, dass es weg ist. Ja, das fließt alles hierhin, also in der Nachbarschaft. Deswegen baue ich da auch keine Häuser ein, denn das stinkt. Wahrscheinlich. Ist halt, also, wenn man hier von der Autobahn kommt, ist hier halt Industrie alles. Sorgt für saubere Straßen. Ja, ich hab schon Polizei. Die Polizeiwache ist ganz schön. Mir hätte aber ping, als war Wester gefallen. Um ein Pizzle, nicht immer eine. Jo, wahrscheinlich. Noch 13 Uhr. Gucken, ob ich das hier wieder senken kann. Boah, Alter. So, und jetzt gleich um 15 Uhr müsst ihr mal gucken, wie alle da rausgerannt kommen. Es ist sehr amüsant. Und ich hoffe, dass die Schulaufgaben, dass ich die Schulaufgaben in der Geschichte bestehe. Und da stand auch mal, ja, siehste. Und wenn wir mal so ein... Nein, ich möchte dem noch mal verfolgen. So. Muss vor... Zapfenstreich zu Hause sein. Okay, wir folgen hier einfach mal. Ja, jetzt ist er... Hier drin. Ja, die Steuern sind hoch. Ah, ja, ich weiß. Die Steuern, die sind wirklich hoch. Mein Vater hat mich nicht wirklich geliebt. Ich glaube, ich starte eine Verbrecherkarriere. Na, ganz toll, ey. Mit der neuen Kultstätte haben wir endlich einen Ort, an dem wir unser Geld spenden können. Schnee, fahrt jemand mit dem Taschentuch? Ja. Alles klar, kommt genug Wasser aus der Leitung. Ja, weiter so viel Müll. Wirklich heiß, was diese Feuerwehrmänner machen. Äh, ich meine natürlich nur wegen dem Feuer. Ja, da war ja gerade auch ein Feuer. Das ist auch sehr cool. Ich kann das auch bearbeiten. 15.000 Und Police. Police. Keiner im Gefängnis, ey. Ich glaube dir wohl nicht. Sonst waren sie immer voll. Jetzt sind sie leer. Pssst. Soll ich die denn hinbauen, bitte? Und wo ist denn der Anbaupunkt? Kann ich da nirgendwo anbauen? Kann ich da nirgendwo anbauen? Ich bin Sportler. Ich bin ein wenig Moss. Kann ich da nirgendwo anbauen. Who want- threat? Ich bin es so, dass ich die altze. Kann ich aus diesen Anbauen? Kann ich dir der Anbauen? Wirklich? �gah falta. Kann ich ja. Kann ich ich meinen Gehten? Kann ich überhaupt nicht? so viele keime verlassen das gebäude und was war hier denn hier war auch mal sogar ein kino dann haben wir jetzt hier noch und so steuern ja das wird aber noch heidenspaß hier mit den steuern das bricht mir sonst das genick ich bin jetzt ich bin schon wieder im minus ich will die aber nicht höher machen ich will die senken brennt da was ja es brennt da was von die bildung er bringt mich wirklich so und um sechs und jetzt schon wieder mit der schule los ich komme schon wieder mir ja ja ich habe ich Untertitelung des ZDF, 2020 Warum kann ich das denn jetzt nicht mehr da bauen, ey? Was ist das denn für eine Kacke? Ich muss dann die Straße erweitern, denn das ist ja wirklich kacke hier. Die da wirklich ist, das ist doof, das ist sehr, 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 sehr lustig. So, die muss ich schließen. So, dann wird sie jetzt abgerissen. Und jetzt siekowsky. Mach das. So. 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 Hab da noch mehr als genug, guck da war der, ich bin noch im Plus, ich bin noch im Plus, Mann, 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 Mann. Ich bin noch im Plus, 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 Mann, Mann. Ey, aber das ist ja noch gut, das ist aber noch gut, Polizei. Nur halt hierhin kommen wir nicht mehr, muss ich halt da noch ne Polizei bauen. 30.000. Ja, aber doch, da kommen sie auch hin, sieht man ja. Ja, ich würde sagen, ich hab doch jetzt hier genug. Ne Straße habt ihr hier. Dann mach ich halt da noch ne Straße hin. Ne, Straße, da mach ich halt noch. Warum geht das denn nicht? Ja, wie, ihr habt keine Stra... Das ist doch bescheuert, ey. Jetzt mal ganz im Ernst. Wollen die da jetzt wirklich im Ernst ne Straße haben? Ist das für euch genug an der Straße? Das ist einfach eine Kacke hier. Ey, Alter, willst du mich verarschen? Ja, bitte. Tschüss. So, haben wir noch irgendwo... Leute, was weg muss. Neu gebaut, auch neu gebaut. Und tschüss. Schmerzverbrecher ein. Machen wir. So müde. Oh, Nickerchen. Boah. Warum kann ich da denn keine Straße hin, Mon? Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist ja voll die Kacke. Und außerdem, wo wollen die überhaupt die Straße haben? Ich weiß nicht, wo ich da bin. Ich weiß nicht, wo ich da hinpacken soll, die Müllhalde. Pass auf, die müssen dann leider jetzt alle weg. Ja, komm, die gehen doch eher kaputt. Deswegen dann planiere ich die jetzt hier einmal und dann ist gut. Und das. Komm, hier bitte alles, bitte dann hier. Nein, auf wieder. Bis doch. Bye. Bye. Ich schaue mir jetzt dafür, dass die gerade eingeschoben sind, aber auch nicht nur alle weg. Puff. 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 So. Ich hatte gerade zwei verlassene Gebäude, wo ist das Gebäude verlassen. Ich weiß, Leute, die Straßen sind ziemlich hoch, aber es geht leider nicht anders. Sonst können wir uns nicht hier irgendwas halten. Das geht leider nicht. So, wir brauchen mal wieder eine Müllhalle. Guck mal, warum keiner sagt was. Hihi. Und an der Straße seid ihr jetzt auch da. Siehste, jetzt seid ihr doch glücklich. Siehste. Diesen Jahrh und bis drei war dich. Dann steigen doch bis drei, 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 zwei, drei, drei, vier, drei, drei, drei. Segen. Segen. Und dass wir es ohne die Träumen in den Dürunaren haben, dann mal wieder JS. Dann dabei hier. Segen. Segen. Dann schn prettig. Dann. 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 Dann wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 6 oder los da kuhriere gemüseblech öl and go lotto und co cool was sind das hier braucht doch kein mensch ich hatte gerade zwei verlassene gebäude wo sind die moment da habe ich noch was wir kommen nicht mehr schon wieder gut dann mache ich das doch denn wie viel seid ihr jetzt zwei gefangene habt ihr gerade 15.000 da müssen wir noch ein bisschen warten straßen sind nicht sicher ich bin in dieser stadt wir haben kann jetzt jedoch gerade zwei und so steuer ach hier war das heißt ich dachte schon war denn hier ich glaube die straße die händler ja die straße mann nein es ist immer so dass wir er in den er warum planten der soll nur die straße planiert das ist ja vielleicht blöd das ist ja wirklich blöd das ist ja doof das ist ja voll kacke hey Leute jetzt mal ganz im Ernst das ist ja wirklich voll doof naja egal so ich würde oh Gott sie wir sind wirklich schon 40 minuten wir waren jetzt noch verriere jetzt reinkommt das sieht sehr interessant aus das aber auch so wir machen auch ordentlich gewinnen das hoffe ich doch was machst du lol günstiger shop zechbruder lol qualitätsprodukte schluck und grill so sieht sau aus so wenn er jetzt in base günstchen keiner kommt dann warten wir 3 2 1 ok dann würde ich sagen war es das auf jeden fall wieder hier von mir ähm kann ich nicht auch irgendwie das 1 1 1 1 2 3 5 ok ich würde sagen so jetzt aber soll ich bin nämlich bei den optionen so spiel speichern unter youtube 4 weil ich habe schon gespeichert so drei blammer zusammen ok dann würde ich sagen ihr habt mir jetzt vier minuten zugehört wie ich hier gelabert habe zockt habe und ich glaube es reicht jetzt auch denn sonst habe ich wieder probleme mit dem bearbeiten ihr kennt es ja wahrscheinlich bei mir ist ja immer so problemchen dann würde ich sagen haut rein ich bin raus europa gaming tv bis denn er tschüss tchaikovsky